Ja, und da sind wir diesmal wieder zu Gast im Katzenhaus Luga hier auf der Lugtom-Straße in Dresden. Und diesmal möchten wir Ihnen zwei zauberhafte Katzen vorstellen. Das sind die Luzi und die Lilli. Also ich glaube, das ist die Luzi und das ist die Lilli. Oder andersrum, die beiden sind ein Dreivierteljahr alt, ganz zauberhaft und ganz lieb. Die wurden gefunden in einer Mülltonne, ganz schlimme Geschichte eigentlich, mit zwei Geschwisterchen noch. Die zwei Geschwisterchen sind schon vermittelt. Und jetzt suchen die beiden Mädels noch eine eigene Familie, ein eigenes Zuhause. Das ist das komplette Katzenwohlfühl-Paket. Die sind kastriert und geimpft, sie müssen sich um nichts mehr kümmern. Schön wäre, wenn sich eine Familie findet, wo die zwei auch raus dürfen, weil sie schon relativ viel Energie haben. Wenn sie zwei Katzen haben möchten, im Doppelpack kommen sie ins Katzenhaus nach Luga, Lugtom-Straße. Dort können sie die beiden besuchen. Wir würden uns freuen, wenn es vielleicht sogar noch vor Ostern klappt, mit dem eigenen Zuhause.